Skalierende IT-Infrastruktur. Die Kunden wünschen sich Cloud-Eigenschaften ebenso wie digitale Selbstbestimmung. Wir von Celones sind mittlerweile weltweit führender Anbieter von Process Mining Technologie und mit unserer neuesten Erfindung, dem Execution Management System, leiten wir die nächste Ära in dieser Geschichte ein. Process Mining ist die Grundlage unserer Technologie. Und der neue Step ist quasi bedingt durch maschinelles Lernen, durch AI, durch künstliche Intelligenz, schauen wir in die Prozesse rein und unterbreiten auch gleich Lösungsvorschläge. Wer, wenn nicht Celones weiß, welche Herausforderungen an eine interne IT gestellt werden? Und Celones hat sich dafür entschieden, die interne IT durch uns, die ACP IT Solutions, zusammen mit unserem Partner, Juliet Packard Enterprise, zu implementieren und zu managen. Die interne IT der Celones hat als Kernfokus natürlich dieses starke Wachstum, das heißt das Einstellen unserer Mitarbeiter jeden Monat, aber auch natürlich das Schaffen von neuen Enterprise-Technologien. Und genau da war unser Ansatz, dass wir hier sagen, wir bieten dem Kunden eine All-Inclusive-Lösung, wo wir im Prinzip die komplette Infrastruktur, die komplette Plattform, Security, Anbindung, Backup, Disaster Recovery, all diese Dinge, um die man sich normalerweise zusätzlich kümmern muss, für den Kunden komplett abnehmen. Als ich bei Celones angefangen habe, das war im April 2019, waren wir insgesamt ca. 550 Mitarbeiter mit einem relativ kleinen IT-Team. Aktuell stellen wir monatlich im Durchschnitt 50 Mitarbeiter weltweit ein. Das habe ich so in noch keinem anderen Unternehmen in der Vergangenheit erlebt, wo ich gearbeitet habe. In den Gesprächen mit der Celones hat sich für uns relativ schnell sehr klar herausgestellt, dass Sie sich im Prinzip am Ende des Tages um Ihr Kerngeschäft erstmal zentral kümmern wollen, gerade die IT-Fachabteilung. Ein Punkt sind die ganzen internen Serversysteme. Hier haben wir gemerkt, dass es halt auch wirklich ein enormer Aufwand ist, solche neuen, modernen Serversysteme sicher und hoch skalierbar zu betreiben. Wir haben einen starken Partner gesucht, haben den mit der Firma ACP IT Solutions gefunden. Wo wir damals unsere ersten Gespräche mit der Celones geführt haben, haben wir sehr schnell erkannt, dass die Celones im Prinzip ein perfekter Use Case für HP Green Lake ist. Wir wissen nicht, brauchen wir in diesem Monat zehn neue virtuelle Maschinen, die zum Beispiel Datenbank-Server werden oder benötigen wird, gar 20. Natürlich geht das alles sehr leicht über moderne Cloud-Infrastrukturen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden und haben auf eine Hybridlösung gesetzt, eben von der Firma Hewlett Packard Enterprise mit dem Green Lake-Modell, um hier auch noch entsprechend die Kontrolle zu haben. Mit HP Green Lake stellen wir unseren Kunden das beste Cloud-Erlebnis zur Verfügung. In Verbindung mit ACP können wir modernen, wachsenden Unternehmen neuartige Workloads als Service zur Verfügung stellen. Containerisierung, Machine Learning, AI, um einige Beispiele zu nennen. Bei den Gesprächen mit unseren gemeinsamen Kunden begegnet uns immer wieder derselbe Wunsch. Die Kunden wünschen sich für ihre Infrastruktur Cloud-Eigenschaften ebenso wie digitale Selbstbestimmung. Und wir liefern nicht nur die Technologie, sondern entlasten mit unserem Managed Service-Angebot unsere Kunden auch in der täglichen Nutzung. Mit unserem langjährigen Partner ACP IT Solutions entwickeln wir unser Service-Angebot kontinuierlich weiter und installieren täglich maßgeschneiderte Lösungen bei unseren gemeinsamen Kunden. Die ACP zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch die regionale Nähe am Kunden ganz nah an den Bedürfnissen von Industrie und Mittelstand sind. Damit sind sie für uns der ideale Partner, um neue Technologien in kundengerechte Lösungen zu übersetzen. Und genau das liefern wir gemeinsam mit GreenLake und den Managed Services von ACP. Denn Cloud is an experience, not a destination. Unser Anspruch ist es, dass wir unseren Kunden die passende IT zur Verfügung stellen, um ihnen zu ermöglichen, dass sie Innovationstreiber in ihrer Branche sind. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern vor allem darum, den Kunden zu verstehen und in die richtige IT für eine skalierbare Zukunft zu bieten. Wir fassen das für uns in unserem Claim zusammen. IT for Innovators. Das sagt eigentlich schon alles. Mit HPE GreenLake stellen wir Ihnen das beste Cloud-Erlebnis für Ihre Workloads zur Verfügung. Sie behalten die Kontrolle und die digitale Selbstbestimmung. Wir liefern nicht nur die Technologie, sondern entlasten sie mit unserem Managed Service-Angebot auch in der täglichen Nutzung. ACP. IT for Innovators.